Der Zahlungsspezialist Bitpay hat im Vorjahr Kryptozahlungen im Volumen von über eine Milliarde Dollar abgewickelt. Jetzt ist natürlich die Frage, bedeutet das den Durchbruch für den Kryptozahlungsmarkt? Genau das schauen wir uns jetzt gleich nach dem Intro näher an. Herzlich Willkommen bei unserem YouTube-Kanal Krypto-Report. Mein Name ist immer noch Alexander Wittermeier und bei uns geht es wie immer um die Themen Bitcoin und Co. einfach erklärt. Bitpay, ein großer Zahlungsspezialist, hat jüngst eine Statistik veröffentlicht, wonach man im Jahr 2018 Kryptozahlungen im Wert von über einer Milliarde US-Dollar abgewickelt hat. Das ist jetzt keine große Steigerung im Vergleich zum Vorjahr, denn im Vorjahr hat man ähnlich, also 2017 hat man ähnlich, viele Zahlungsvolumina abgewickelt. Aber jetzt kommt der große Punkt oder der große Unterschied ist der, dass der Bitcoin ja im Jahr 2018 deutlich gefallen ist. Also es ging ja runter von knapp 20.000 Dollar auf zuletzt unter 4.000 Dollar und bei 3.500 Dollar hat sich der Bitcoin momentan, so scheint es, eingependelt. Und das zeigt einfach, dass man trotz dieses Wertverfalls doch auf dieses Volumen gekommen ist und das bedeutet, dass man unter dem Strich dann auch mehr Zahlungen via Bitcoin abgewickelt hat. Und da sprechen auch diese Gebühren für sich, die Bitpay einschleichen konnte. Also die Business-to-Business-Abteilung von Bitpay hat im Jahr 2018 seine Einnahmen beziehungsweise seine Umsätze aus diesem Zahlungsabwirkungsgeschäft, also aus diesen Überweisungsgebühren, wenn man so will, um über 250 Prozent gesteigert. Und das spricht natürlich einiges dafür, dass offenbar immer mehr Unternehmen Bitcoin-Zahlungen akzeptieren. Und ich blende euch kurz die Presseerklärung unten ein, die könnt ihr euch dann auch anschauen in der Beschreibung. Also Bitpay spricht davon, dass man wesentlich mehr Unternehmen gewinnen konnte, die einfach Bitcoin-Zahlungen akzeptieren. Das sind Anwaltskanzleien, IT-Firmen, Datenzentren, aber auch so TV-Kabelgesellschaften wie zum Beispiel Dish-Network, ein großer Anbieter aus den USA, ist neu dazugekommen und diese Gesellschaft akzeptiert auch jetzt Bitcoin als Zahlungsmittel offenbar. Und das ist dann doch eine positive Entwicklung. Aber man muss das ein bisschen relativieren, denn eine Milliarde Dollar, also über eine Milliarde Dollar Zahlungsvolumen in Krypto hört sich zunächst ganz viel an. Aber es ist eigentlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein, wenn man das Ganze zum Beispiel mit PayPal vergleicht, was PayPal abwickelt. Und ich habe euch dazu auch diese Statistik mitgebracht und blende es euch unten kurz ein. Und zwar könnt ihr hier schon sehen, dass PayPal zum Beispiel im dritten Quartal 2018 ein Zahlungsvolumen von 143 Milliarden Dollar, also allein im dritten Quartal 2018, abgewickelt hat. Und da seht ihr schon, dass Bitcoin-Zahlungen noch ganz, ganz am Anfang stehen. Denn dieses Volumen ist wirklich nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Also hier ist noch enormes Potenzial geboten, also Luft nach oben. Und man soll jetzt das nicht überbewerten, das Ganze. Aber man sieht hier ganz deutlich, dass diese Krypto-Zahlungen stehen noch ganz am Anfang. Auch wenn BitPay hier natürlich mehr Kunden gewinnen konnte und auch deutlich gewachsen ist von der Mitarbeiterzahl. Die haben jetzt, glaube ich, so über 80 Mitarbeiter und haben also deutlich aufgestockt. Aber eben auch noch ganz am Anfang steht. Das muss man hier auch ganz ehrlich sagen und auch zugeben. Also hier ist noch deutlich Luft nach oben, aber es geht in die richtige Richtung. Und das zeigen auch die neuen Statistiken, wenn man auf Coinmetrix zum Beispiel schaut. Ich blende euch auch diese Grafik unten ein. Denn das zeigt auch ganz deutlich, dass mit den Bitcoin-Transaktionen in den letzten sechs Monaten deutlich nach oben gegangen ist. Also zum Beispiel haben wir im Januar teilweise über 300.000 Bitcoin-Transaktionen am Tag gehabt. Und das ist ein neues sechs Monatshoch. Zwar nicht jetzt ganz auf dem Rekordhoch, wo wir Anfang 2018 jetzt waren. Aber immerhin ein neues sechs Monatshoch. Und es geht auch hier in die richtige Richtung. Also auch diese Statistik zeigt, dass doch Bitcoin-Zahlungen doch auf dem Vormarsch sind und dann tatsächlich auch von den Unternehmen offenbar angenommen werden. Aber auch hier gibt es einen kleinen Wermutstropfen. Denn auch diese Statistik ist natürlich nicht hundertprozentig akkurat und korrekt. Denn viele Transaktionen, es gibt hier dieses Batching, man spricht Batching, Transaktions-Batching. Und das bedeutet, dass einfach Bitcoin-Zahlungen gebündelt werden. Also man kann im Bitcoin-Netzwerk also mit einer Transaktion mehrere Zahlungen sozusagen abwickeln. Und das ist dieses sogenannte Batching. Und das bedeutet, dass die Zahl der Transaktionen eigentlich höher liegen kann, als momentan von dieser Statistik ausgewiesen. Aber es ist auch so, dass diverse andere Projekte, wie zum Beispiel Veriblock ist so ein Projekt, künstliche Transaktionen generieren. Und daneben ist es auch so, dass man hier nicht sicher sagen kann, was ist hier Trading, welche Transaktionen oder welcher Anteil der Transaktionen geht auf das reine Trading zurück. Und welche Transaktionen sind hier reine Zahlungen, also tatsächliche Zahlungen von Gütern und Waren. Also das muss man hier auch ganz ehrlich beachten. Und das ist hier auch etwas, was man eben nicht hundertprozentig verifizieren kann. Aber, jetzt kommt das große Aber und der große Pluspunkt, die Zahlen von BitPay weisen auf jeden Fall darauf hin, dass einfach diese Bitcoin-Zahlungen, also die tatsächlichen Zahlungen auf den Formas sind. Und bevor wir jetzt noch gleich auf Ethereum noch näher eingehen, noch ein kurzer Hinweis zu unserem Krypto-Report. Also unter crypto-report.de könnt ihr unseren kostenlosen und völlig unverbindlichen schriftlichen Report zum Kryptomarkt abonnieren. Und in unserem Report weisen wir natürlich auch auf diese Statistikzahlen immer wieder hin und analysieren natürlich auch die Top-Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum und so weiter. Das Ganze ist absolut unverbindlich. Wie gesagt, ihr könnt euch jede Zeit wieder austragen, wenn es euch nicht gefällt. Dann zurück zu Ethereum. Also bei Ethereum ist es ähnlich wie bei Bitcoin. Die Transaktionen steigen, leicht steigend. Und das Ganze hat sich in den letzten Monaten stabilisiert, kann man sagen. Und zwar bei um die 15 Millionen Transaktionen im Monat. Und pro Tag sind es momentan sehr stabil. 500.000 Transaktionen pro Tag, die über die Ethereum-Blockchain abgewickelt wurden. Und die Statistikfirma DIA hat jüngst einen Report veröffentlicht. Ich blende es heute auch kurz ein. Und da hat man festgestellt, dass Ether, das Transaktionsvolumen bei Ether, auf dem Rekordniveau liegt. Auf Rekordniveau liegt also der höchste Stand seit der Generierung des Genesis-Blocks. Und man spricht hier von 115 Millionen Ether, die allein im Dezember über die Ethereum-Blockchain gewandert sind. Und das ist eigentlich der, wie gesagt, höchste Stand seit dem Bestehen der Ethereum-Blockchain. Und ausgenommen dieses Dow-Hacks dann im Jahr 2016, da war es noch ein bisschen höher. Aber rein jetzt organisch die Zahlen zeigen, dass Ethereum sich stabilisiert hat auf einem relativ hohen Niveau. Und das, obwohl Ethereum noch relativ hinterherhinkt jetzt mit den ganzen Updates. Also ich habe dazu schon ein Video darüber gedreht. Das Konstantinopel-Update wurde ja wieder verschoben jetzt auf Ende Februar. Und Konstantinopel ist ja eine Vorbereitung für den späteren Wechsel von Proof-of-Work auf dann Proof-of-Stake. Also das Ganze bereitet dann die Skalierung für Ethereum vor, damit Ethereum dann wesentlich effizienter und natürlich schneller wird. Aber noch ist es nicht so weit. Die Entwickler kämpfen noch mit dem einen oder anderen Bug bzw. Herausforderung. Und das Ganze soll, wie gesagt, dann Ende Februar soweit sein. Dann soll das Konstantinopel-Update aufgespielt werden. Und dann dürfte es auch bei Ethereum wieder etwas weiter nach oben gehen. Aber dieses Update ist, wie gesagt, nicht revolutionär, sondern dient eigentlich eher der Vorbereitung für die richtige Skalierung dann. Insgesamt, was ist das Fazit von dem Ganzen? Also es ist so, dass man hat das gesehen an diesen ganzen Grafiken. Die Transaktionen steigen insgesamt. Es gibt insgesamt meiner Meinung nach ein positives Bild, der ganze Kryptomarkt. Es ist tatsächlich so, dass Kryptozahlungen am Steigen sind. Kryptos werden dazu eingesetzt, um tatsächlich Waren und Werte, Services zu bezahlen. Aber es steht ja halt noch ganz am Anfang. Das muss man auch ganz ehrlich und offen sagen. Also mit über eine Milliarde Dollar an Zahlungsvolumen liegt man hier deutlich hinter PayPal. Und das bedeutet aber auch, dass in diesem Kryptomarkt auf jeden Fall noch Luft nach oben ist, dass man deutlich mehr Zahlungen hier abwickeln kann. Aber das Ganze dürfte noch ein, zwei Jahre dauern, bis dieses Volumen dann deutlich steigen wird, denke ich. Weil man einfach immer noch relativ spartanische Benutzeroberflächen hat und Kryptowallets noch relativ für den normalen Anbieter, für den normalen Automatverbraucher, würde ich jetzt mal sagen, noch relativ schwierig zu bedienen sind. Aber wie gesagt, das kann sich in Zukunft ändern und ich bin da sehr optimistisch, dass wir in ein, zwei Jahren deutlich höhere Zahlen sehen, was jetzt dieses ganze Kryptozahlungsvolumen angeht. Das wäre es so von mir. Werden, hätte mich eure Meinung zu diesem Thema interessiert, bitte kurz in die Kommentarliste. Und noch ein kurzer Hinweis zu unserem neuen E-Book, der 8 Kryptofahlen. Also könnt ihr euch auch natürlich kostenlos herunterladen. Und hier geht es darum, wie ihr wichtige Kryptofahlen hier umschiffen könnt. Also immer wieder wird einfach auf diversen Webseiten mit fragwürdiger Werbung geworben und so weiter. Und das Ganze ist natürlich hier eine Hilfestellung, wie ihr das Ganze dann vermeiden könnt. Dann würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Und ihr könnt natürlich auch meinen Kanal abonnieren, wenn ihr wollt. Und wenn ihr wieder das Glöchchen drückt, dann werdet ihr natürlich wieder informiert, wenn wieder ein neues Video von mir erscheint. Dann sage ich schon nochmal vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Video.